Der Führer möchte uns sehen. Herr Kollege, vielleicht sollte ich Sie beim Führer entschuldigen. Das ist nur mein Pneumotorax. Mir geht es sowieso bald zu Ende. Das ist nur mein Pneumotorax. 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 Es war eine gute Stube. Kommen Sie, trinken Sie erst mal was. Außer trinken kann man ja nicht mehr viel tun. Nehmen Sie doch bitte Platz. So ist gut. Jawohl. Die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Dürfen wir uns setzen? Wir fühlen uns geehrt, Frau Lernbock. Frau... Sie können ruhig Frau Hitler zu mir sagen. Das hat schon seine Richtigkeit. Schade, ich bin jetzt gar nicht mehr nach draußen. Nur, wenn Sie den Helden totsterben wollen. Jetzt reiß dich aber zusammen, ja? Zufel, zusammenreißen. Herr Hitler! Wo machen Sie denn hier? Ich soll eine Meldung machen beim Führer. Das geht jetzt nicht. Setz Sie immer her. Es ist mit Austrinken. Darf ich Ihnen Frau Hitler vorstellen? So jung und schon so hoch dekoriert. Sie können stolz auf sich sein. Ich muss mich kurz entfernen. Ich bin das Trinken offensichtlich nicht mehr gewöhnt. Sie können ruhig die Toilette bei uns benutzen. Wir gehen's ruhig. Wenn Ihre Hand zittert, dann kann die Kugel auch nur den Zähnenerf zerstören. Deshalb ist unbedingt zu raten, auch Gift einzunehmen. Gleichzeitig. In dem Moment, in dem Sie auf die Kapsel beißen, drücken Sie ab. Und dazu bleibt genügend Zeit. Das Gift wird erst noch ein bis zwei Sekunden. Torlau. Sie auch. Komm, Loni, komm. Komm, Loni.